Wo ist Julian Sanz? Handy wichtige Hinweise liefern. Kann Julian Sanz, 65, Handy etwa bei der Suche nach ihm helfen? Vor wenigen Tagen machten beunruhigende Nachrichten die Runde, der Schauspieler ist vergangene Woche während einer Wanderung spurlos verschwunden und wird seither vermisst. Bereits seit Tagen wird rund um Los Angeles nach dem Warlock-Darsteller gesucht. Nun erhofft sich die Polizei, wichtige Hinweise auf seinen Verbleib durch seine Handydaten zu erhalten. Wie Sussan berichtet, habe man vom Mobiltelefon des 65-Jährigen noch am Sonntag GPS-Daten empfangen. Das lasse darauf deuten, dass der Filmstart zwei Tage nach seinem Verschwinden noch unterwegs gewesen sein könnte. Nun erhoffe sich die Polizei mithilfe weiterer GPS-Daten den dreifachen Vater ausfindig zu machen. Doch laut einer Mitteilung des zuständigen Polizeireviers seien die Ordnungsversuche der Beamten bisher erfolglos geblieben. Wie am Donnerstag bekannt wurde, ist inzwischen aber sein Auto aufgetaucht. Laut Berichten von Mirror haben die Rettungskräfte den Wagen rund 64 Kilometer von der Innenstadt von Los Angeles, in den San Gabriel Mountains, gefunden. Die zuletzt empfangenen GPS-Daten stammen ebenfalls aus dem Gebirge. Untertitelung des ZDF für funk, 2017